Servus, mein Name ist Elena Hammerschmidt. Ich bin Poetry-Slammerin und gerade frisch gewackene Abiturientin. Ich war Oberstufensprecherin und langjährige Schülersprecherin bei mir im Gymnasium. Deswegen ist mein Wunsch an Bayern ein Appell an das Ministerium. Und zwar wünsche ich mir im kommenden G9 eine Entzehrung des Lehrplans. Ich bin zwar super zufrieden mit meinem Schnitt, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass in der Oberstufe auch mal mehr Zeit gewesen wäre, um Themen zu vertiefen und auch mal, dass man eine Stunde hernehmen kann, um einfach aktuelle Themen zu diskutieren. Und ich finde, das war aufgrund des sehr, sehr gepressten Lehrplans einfach nicht möglich. Ich hoffe einfach, dass das G9 eine Chance ist, vor allem für die zukünftigen Jahrgänge, um da auch Freiräume für Lehrer und Schüler zu bieten, dass man auch so etwas mal nutzen kann und nicht gleich schon wieder Angst haben muss, dass man mit dem Stoff für das Abitur nicht durchkommt. Jetzt muss ich noch zwei Leute nominieren. Zum einen meine Slam-Mama und eine sehr, sehr gute Freundin Theresa Reichl und zum zweiten den Kultusminister Bernd Siebler. Vielen Dank.